Augen führen. So sicher, wie du geboren wurdest, so sicher wirst du auch sterben. Hat irgendjemand Zweifel daran, dass er geboren wurde? Er kann keinen Zweifel haben. Genauso sicher ist es, dass er sterbt. Jede Seele wird den Tod kosten und dann werdet ihr euren Lohn zugesetzt bekommen für das, was ihr getan habt. Und wer dann von der Hölle weggebracht wird und ins Paradies hineinkommt, der hat wahrlich bewonnen. Und dann, man muss sich das mal vorstellen, wie viele Menschen gehen in die Hölle. Die meisten Menschen werden in die Hölle gehen. Und da natürlich Gratulation, dass Allah subhanahu wa ta'ala euch den Ramadan erreichen lassen hat. Und vor allen Dingen als Fastende. Wie viele Muslime gibt es, die nicht fasten? Wir waren heute in der Stadt, da kommen Jugendliche zu mir, die freuen sich. Warum freuen die sich? Weil die sehen, dass wir die Religion verteidigen und so weiter. Das heißt, die haben irgendwo Liebe für die Religion im Herzen und dann merkst du im Gespräch, der fastet zwar nicht. Brüder, das ist eine große Gabe, dass wir heute hier sind und jetzt auch noch zum Unterricht. Und der Imam Schäf, ihr Rahmallah, sagt, von den Freien in den Taten ist die Wissenssuche das Beste. Jedenfalls, liebe Schwester Islam, ich wollte über die Notwendigkeit der öffentlichen Dauer reden. Was heißt das öffentliche Dauer? Prinzipiell, die Gelehrten haben die Dauerperiode des Propheten in verschiedene Kategorien eingeteilt. Zum Beispiel die amerikanische Zeit haben sie oft in zwei beziehungsweise drei Kategorien eingeteilt. Die Periode der Dauer Sirriya, das heißt so viel wie die geheime oder die stille Dauer, die ersten drei Jahre. Dann die Periode der Dauer Jahriya, das heißt die öffentliche, laute oder laute Dauer, die gehört wird, bis vom dritten oder vom vierten bis zum zehnten Jahr. Und dann die öffentliche Dauer auch noch in anderen Ländern. Ab dem zehnten Jahr, wo der Prophet, a.s.w. nach Taif, gegangen ist. Und ich wollte über die Notwendigkeit dieser öffentlichen Dauer reden. Warum ist das so wichtig? Wir müssen erstmal eine Sache verstehen, liebe Geschwister. Die Dauer, die ist wie der Sauerstoff für diese Umma. Das ist vielen nicht bewusst. Das ist wie der Sauerstoff für diese Umma. Ohne diese Sache wird man sterben. Und ich habe schon einmal einen Vortrag gemacht. Ihr kennt die fünf Säulen des Islams. Kennt jeder. Das Glaubensbekenntnis, das Gebet, Zekah, Fasten, Hatsch. Jeder kennt diese fünf Säulen. Und dann habe ich gesagt, auf welchen Säulen stehen diese fünf Säulen? Warum sagst du Layla illallah, Muhammad oder Rasulullah? Weil irgendjemand dich überzeugt hat. Dauer. Warum betest du fünfmal am Tag? Weil irgendjemand dich motiviert hat. Dauer. Warum gibst du Zekah? Weil irgendjemand Tarib gemacht hat. Hat gesagt, wenn du deine Anmelsensteuer nicht gibst. Das ist Dauer. Warum machst du Fasten im Ramadan? Guck mal, ist schwer jetzt, oder? Ist nicht einfach. Ich meine, viele von uns hatten heute Kopfschmerzen gehabt. Aber du weißt, wenn man nicht fastet, wenn man das Fasten absichtlich bricht ohne Entschuldigungsrund. Das ist eine von Kabehruzunub. Okay? Das heißt, du fastest. Dann, warum sind heute Leute noch zur Umrah gefahren, noch fahren heute zur Hatsch? Weil sie wissen, dass sie einen großen Lohn bekommen haben. Wo kommt das hervon? Der Dauer. Das heißt, prinzipiell, all diese fünf Säulen stehen auf der anderen Säule, die die Dauer ist, womit der Prophet, a.s.w. angefangen hat. Und deswegen siehst du auch nach der korrektesten Meinung, der zweite Befehl, den der Prophet, a.s.w. bekommen hat, nachdem Allah gesagt hat, Ikra, Lies, Wissen, der zweite Befehl war, Kumfah anweh. Manche sagen, ja, eyu al-muzammil, kum mi leila ila qalila, aber die korrekteste Meinung ist ein Schade. Kumfah anweh, stehe auf und warne. Was ist das? Das heißt, das ist sehr wichtig. Und deswegen, eigentlich, heutzutage reden sehr viele über Jihad. Der Jihad ist eigentlich so wie du, wenn ich gesagt habe, die Dauer ist der Sauerstoff für diese Umme, dann ist der Jihad wie so ein Luftröhrenschnitt, wenn irgendetwas im Hindernis steht, dass die Dauer, oder dass der Sauerstoff zum Menschen kommt. Dass die Dauer zum Menschen kommt. Es ist nicht dazu dauernd, irgendjemanden zum Islam zu zwingen, oder was auch immer. Aber auf jeden Fall, das ist erstmal das Erste, um diese Sache, dass wir das richtig verstehen und auch effektiv sein können. Wenn man effektiv sein will, dann muss man den richtigen Weg wählen. Jeder Mensch, wenn ihr seht, im Leben, egal ob es im Sport ist, in der Tijara, oder in irgendeinem Bereich, ist ein Mensch, er hat am Anfang ein Ziel. Er sagt, da möchte ich hin. Zum Beispiel, Diego Maradona, den kennen wahrscheinlich die meisten, der Top-Fußballspieler früher, vor allem jetzt in meinem Alter, wo ich jung gewesen bin, das war der absolute Fußballspieler. Aber wie ist der da hingekommen? Der hat von Kindheit an ein Ziel, und hat gesagt, ich will zu diesem Ziel, und dann ist er mit Fußball ins Bett gegangen, und er hat jeden Tag trainiert. Und wir haben ein Ziel, das ist das Paradies. Und wir haben ein Ziel, den Islam zu verbreiten. Wir wollen, dass die Menschen die Botschaft hören, weil wir die Religion lieben, also müssen wir gucken, wie können wir am effektivsten diese Arbeit durchziehen. Dann die zweite Sache ist, weil es gibt viele Menschen, gerade in Deutschland, die die öffentliche Dauer nicht nur gering schätzen, sondern auch sogar bekämpfen teilweise. Ich habe zum Beispiel, mir hat ein Bruder gesagt, ja, es gibt jemanden, der gibt Unterrichte hier und da, aber bestimmte, bestimmte Fächer, meinetwegen Tijwib, Mustallal Hadith, Föp, etc., und er sagt zum Beispiel, ja, diese Dauer mit den Nichtmuslimen, so ist alles, ja, also so gering schätzend. Fakt ist, wir brauchen alles. Wir sagen nicht zu jemandem, der beispielsweise ein Buch in Fipp beibringen kann, oder ein Buch in Mustallal Hadith, und der eine kleine Gruppe von Menschen, wir sagen nicht zu dem, lass das, mach das nicht. Im Gegenteil, wir sagen zu dem, die macht eine Aufgabe. Jeder hat eine andere Stärke, jeder hat eine andere Stärke, und die Dauergruppen sind verschieden, wir haben einmal Dauer mit Nichtmuslimen, dann haben wir Dauer mit Muslimen, die, ja, Disco-Muslim, so, der macht da ein bisschen am Wochenende, ein bisschen Party, ne, fasst nicht, betet nicht, etc., dann haben wir Dauer mit, Al-Bida, Al-Bida, Dauer-Tasih, dass man seine Akide recht richtig berichtigt, und dann haben wir Dauer-Talimiyah, das heißt, dass man solche Bücher beibringt, diese Dauer-Talimiyah ist praktisch dazu da, um Leute hervorzubringen, die nachher die Botschaft tragen können. Ist eine Sache davon schlecht? Ist eine Sache davon unwichtig? Nein, die sind alle wichtig. Und deswegen sage ich immer, das ist wie in einem Fußballteam. In einem Fußballteam, du kannst nicht sagen, ja komm, lass uns alle Stürmer sein, wir sind alle Stürmer jetzt. Du kannst auch nicht alle ins Tor stellen. Jeder muss auf seine Position spielen, wenn du jemand bist, der zum Beispiel Tashwit-Star ist, und Leute Koran beibringen kann, mache deine Aufgabe, aber stehe den anderen nicht im Weg. Aber genauso ist es wichtig, dass Leute in der Fußgängerzone stehen, die vielleicht die passende Art haben und sagen zu den Jugendlichen, hey, komm mit in die Moschee, hey, beten, das Gebet ist wichtig, und die vielleicht mit Nichtmuslimen Dauer machen, das sind alles wichtige Punkte. Und deswegen wollte ich vor allen Dingen über dieses Thema reden, und hier erstmal, welche Fragen ich in diesem Vortrag wissenschaftlich also beantworten will. Erstmal, was ist gemeint mit Dauer, Seria und Jahria? Was ist das genau? Linguistisch, und in der Terminologie. Was ist damit wirklich genau gemeint? Die zweite Sache, können beide Arten der Dauer gleichzeitig stattfinden? Dritte Sache, ist Gegenwind. Das ist eine sehr wichtige Frage, weil viele Leute heutzutage, sobald der Erste bekämpft wird, sobald irgendwie die Polizei kommt, oder sobald, interpretieren sie das als ein Beweis, dass die Dauer falsch ist. Das ist oft so. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich war jetzt beispielsweise in Ägypten gewesen, ja, und da habe ich dann gehört, jemand hat gesagt, ja, wenn wir die Dauer richtig machen würden, ja, dann hätten die meisten Leute den Islam angenommen, und so weiter und so fort. Und ja, die Leute bekämpfen den Islam, weil der Islam falsch dargestellt wird. Es gibt sicherlich Leute, die vielleicht was, gegen den Islam eine Ausrede haben, weil sie vielleicht schlechte Erfahrungen mit Muslimen haben. Aber im Allgemeinen diese Ausrede wird ihnen nichts nützen, wenn zur selben Zeit der Ruf zu La ilaha illallah vorhanden ist. Wird ihnen nichts nützen. Wir müssen realisieren, dass die Dauer bekämpft wird, ist eine notwendige Erscheinung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und ich bitte euch, diese Verse genau anzuhören. Vielleicht habt ihr die Verse schon tausendmal gelesen, die ich euch jetzt sage, aber vielleicht ist es euch schon nie aufgefallen. Allah sagt im Koran, in Suche 43, Vers 77, 78. Er sagt, Das heißt, die Leute, die in der Hölle sind, die sagen, O Malik, wer ist der Malik? Das ist der Engel, der die Hölle hütet. Der Engel verantwortet die Hölle. Der Prophet, a.s.a.s.a.s.a.m. hat ihn wann gesehen, in der Weise von Israban Maraj, hat gesagt, dass der nicht lächelt. Die in der Hölle sagen zu ihm, Malik, sage zu deinem Wort, sage also zu Allah, dass er uns vernichtet. Dass er uns vernichtet. Warum? Die können das nicht mehr aushalten in der Hölle. Was sagt Malik? Kala indakum, makifu. Ihr werdet bleiben. Jetzt warum? Hört genau zu, dieser Vers ist so stark, innakum makifu. Ihr werdet bleiben. Warum? Wir sind zu euch mit der Wahrheit gekommen. Das heißt, die Wahrheit war da. Aber die meisten von euch hassen die Wahrheit. Was heißt das? Das heißt, das Problem ist nicht, das hat jemand den Islam falsch dargestellt, das Problem ist, diese Person will die Wahrheit nicht sehen. Ganz klar. Und das ist ein Ruf im Akhirah. Das wurde zu denjenigen gesagt, die in der Hölle sind, aber die meisten von euch hassen die Wahrheit. Heutzutage kommen einige Leute und sagen, die Dauer, die ist richtig, wenn der Käfig dich nicht bekämpft, wenn er dich in Ruhe lässt. Ach ja, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn der Käfig, also die sagen, wenn der Käfig mit dir zufrieden ist, dann warst du richtig. Ach ja, da ist ein Wahnsinniger, ein Murtad in der Münster, der unterrichtet, guck mal, wie die uns die Religion wegmachen wollen, der unterrichtet die Imame in der Universität in Münster, die Imame und Lehrer werden sollen. Dieser Wahnsinnige, dieser Käfig, der sagt, Gott will nicht, dass wir ihm dienen. Ach so, ne? Ne? Wamaa khalaqtu jinnu wal insa illa liya'abudun. Schauen wir, wir jenchen und jinnu, erschaffen, damit sie mit dir nicht. Ja, wir brauchen noch keine Angst für Allah zu haben. Ach echt? Allah sagt, wala ta khafu wa khafuni kuntumumini, fürchtet sie, so und fürchtet mich, wenn ihr Gläubige seid. Dann sagt der, es gibt auch keine Hölle. Hölle gibt es nicht. Das passt nicht, das passt gar nicht zum Islam, zu einem barmherzigen Gott. Hallo, hast du schon mal Koran gelesen? Dann sagt er, ja, aber Koran steht in 113 Sohnen, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allah, ist das Barmherzige, der bestraft ist. Das heißt, der nimmt sich eine Sache, aber wisst ihr, was das Problem ist? Vielen Muslimen, denen gefällt das. Jetzt erzählt der, und dann, pass auf, jetzt kommt das Nächste, weißt du was, wer bei dem alles ins Paradies kommt? Weißt du wer? Alle. Außen die Salafisten. Die sogenannten, die haben den Islam falsch verstanden. Sogar Atheisten. Wenn der Atheist ein guter Mensch ist, der kommt auch ins Paradies. Ist ja ein guter Mensch. Wer hat den Maßstab für guter Mensch, wer hat das Recht, den Maßstab zu geben? So guck mal. Und der erzählt jetzt, in seinem Buch, erzählt dir ja, ich hab einen Vortrag gemacht, vor Muslimen, äh, vor Nicht-Muslimen, und danach kamen ältere deutsche Frauen zu mir und haben gesagt, also, den Islam, den Sie predigen, der gefällt uns aber gut. Ja klar gefällt dir den gut, weil die kann man auch immer zu will. Die kommt ins Paradies, klar. Da gefällt dir super, Party, yes, lass uns ausgehen. Natürlich gefällt dir das. Weil wer soll dir daran nicht gefallen? Der sagt ja praktisch, ihr seid richtig. Die Einzelnen, die falsch sind, sind die, die den Islam praktizieren. Das sind die Einzelnen, die den Islam falsch verstanden haben. Muss man sich mal vorstellen. So, jetzt, aber wisst ihr, was das Problem ist? Das hören einige Muslime, ah, da kam Frau Müllermeier-Schmitz von den Deutschen, die die VW erfunden haben und die Kaffeemaschine. Und die haben ja verstanden und die können ja nicht falsch liegen. Und dir hat das gefallen. Ja, vielleicht ist das gar nicht so schlecht aus der Predigung, versteht ihr? Aber das ist nicht Islam. Das ist, das hast du gesehen, wie sich seine Gelüste zum Gott nimmt. Das heißt, der Maßstab für die Richtigkeit der Dauer ist nicht, ob Müllermeier-Schmitz sagt, Hurra, das gefällt uns aber gut. Der Maßstab für die Richtigkeit der Dauer ist, wozu rufe ich? So, und jetzt die Frage. So, wenn du dann irgendwo Dauer machst und dann kommt dann irgendwie jemand und sagt, hey, das hat mir aber nicht gefallen, das ist aber zu radikal, da kommen die Muslime und fallen in den Rücken. Ah, Hikma, wo ist die Hikma, Hikma? Ach, was für eine Hikma? Der, wenn du bekämpfest und der Dauer ist, hast du keinen Beweis dafür, dass du keine Hikma hast. Ibrahim a.s. Surah 29, Vers 24. Vers 25. Vers 25. Die Antwort seines Volkes zu Ibrahim war nur Tötet ihn und verbrannt ihn. War Ibrahim a.s. nicht weise gewesen, aber natürlich war er weise. Musa a.s. ist so gefecht, ist so gefecht. Als Musa mit der Wahrheit zu ihm gekommen ist, haben sie gesagt, Tötet die Kinder von denen, die mit ihm glauben. War Musa nicht weise gewesen? Als er angefangen hat zu rufen, was passiert? War der Prophet a.s. nicht weise. Natürlich waren sie weise. Es sind die weisesten Menschen, die wir die Dauer am besten verstanden haben. Aber hier, wir müssen verstehen, der wahre Weg wird bekämpft. Warum hat Allah s.w.t. gerade in der Anfangszeit des Islam die ganzen Prophetengeschichten herabgesandt? Warum? Um die Sahaba zu erziehen. Wir fragen immer, warum sind die Sahaba die Besten? Die Sahaba sind die Besten, weil sie die beste Erziehung hatten, den besten Lehrplan und den besten Lehrer. Der Lehrer war der Gesandte Allah s.w.t. und der Lehrplan war der Koran und die Summa und die Geschichte der Propheten, in denen was erzählt wird. Worum es immer geht, ist der Kampf zwischen Haq und Baatil. Und das ist etwas, was wir realisieren müssen. Ja Brüder, ich frage mich manchmal, welchen Koran haben diese ganzen Leute gelesen? Welchen Koran? Allah sagt im Koran Die Juden Christen werden erst mit dir zufrieden sein, wenn du ihren Weg fährst. Der sagt, wenn die Juden Christen nicht mit dir zufrieden sind, bist du falsch. War deine Dawa verkehrt. Der Koran sagt genau das Gegenteil. Der Prophet s.w.t. sagt, Allah sagt im Koran, s.w.t. 2, Vers 216. Sie werden nicht aufhören, euch zu bekämpfen, bis sie euch von der Religion weggebracht haben. Hier kommen die Leute. Oh, wenn sie dich bekämpfen, hast du einen Fehler gemacht. Allah s.w.t. sagt im Koran, s.w. 8, Vers 36 müsste das sein. Inna ladina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabirillah. Wahrlich. Wahrlich. Diejenigen, die unglaublich sind, werden ihr Geld ausgeben, um vom Weg Allahs abzuhalten. Fasa yunfikuna ha. Und sie werden es ausgeben. Thumme takunu alayhim hasra, thumme yuklagu. Und sie werden es wahrlich ausgeben, dann wird es für sie eine Schmach sein, und dann werden sie besiegt werden. Ach, das ist was Allah im Koran sagt. Das ist was Allah im Koran sagt. Deswegen, das müssen wir erstmal verstehen. Damit wir stark bleiben. Damit wir standhaft bleiben. Damit wir nicht beim ersten Windzug uns auf den Rücken legen und sagen, aua. Und ich gebe euch noch einen Beweis. Ich gebe euch noch einen Beweis aus der Sunna. Und ich liebe diesen Hadith. Und dieser Hadith, der ist so, alhamdulillah, so stark. Khabab bin Arad. Einer der, man sagt, das war der 16. der den Islam angenommen hat. Also von dem ganz frühen. Ein Sklave, ein Schmied gewesen, ein einfacher Mensch. Dieser Khabab, und übrigens wollte ich sagen, wenn jemand einen Sohn kriegt, ich will, dass der Name Khabab mal wieder erneuert wird. Weil das war ein großer Sahabi. Vielleicht kann einer seinen Sohn Khabab, nein. Finde ich super. Ich habe mal Khabab gesagt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Khabab bin Arad, ja. Er war der Sahabi, der vielleicht am meisten gefoltert wurde. Man hat ihn auf glühende, glühende Steine gelegt, sodass er das Fleisch an seinem Rücken ist verbrannt und er konnte sein Fleisch riechen und hören, wie es verbrannt ist. Khabab bin Arad, der so gefoltert wurde, ist zum Propheten, a.s.w. gegangen und hat ihm um etwas gebeten. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, Mach doch Dua für uns. Bitte doch für unseren Sieg. Der Prophet, a.s.w., ist wütend geworden. Und er wird nur wütend in wirklich starken Situationen. Warum? Weil er gesehen hat, dass der Khabab diese Sache nicht versteht. Dass der was, dass der Weg des Islams ein steiniger Weg ist, dieser Dawa. Und was hat er zu ihm gesagt? Er hat zu ihm gesagt, es gab vor euch schon Leute, die sind in die Erde eingeblendet. Yohferolom filardi. Summiyuj alufiyah. Die sind ein Loch in die Erde gemacht worden. Dann sind die reingesetzt worden. Da kam er mit einer Säge und hat sie in der Mitte durchgesägt. Auf ihrem Kopf. Das hat sie nicht von ihrer Religion weggebracht. Dann sagt er, es gab vor euch Leute, denen haben die mit Kämmen aus Eisen das Fleisch weggerissen. Das hat sie nicht von der Religion weggebracht. Guck mal. Warum sagt der Prophet das? Er will ihm sagen, das ist der Weg. Das passiert. Das ist der Kampf zwischen Hack und Bad. Aber das kannst du nicht umgehen. Das heißt, wir müssen uns nicht darum kümmern. Wir müssen uns in erster Linie darum kümmern, wie wir die Botschaft drüber bringen und nicht, dass wir nicht bekämpft werden, weil wir werden sowieso bekämpft werden. Jetzt sagt der Prophet, was sagt er danach? Was sagt er danach? Walahi. Walahi. Layutimanna Allahu hadhal amma. Hatta yasira raakibu min san'a ila hadramaut la yakhafu illa allah. Wadhib ala ghadami. wahrlich allah wird diese botschaft verfolgt wird diese angelegenheit vervollständigen das heißt zum sieg bringen bis ein reiter aus sanaa nach der bis nach der maut bereitet und niemand fürchtet außer allah und die den wolfe seine schafe warum dann sagt der prophet aber ihr seid ein volk was voreidig ist das wollte ich dazu gesagt haben jetzt liebe geschwister im islam was bedeutet das da wasser hier erst mal was bedeutet dauer um jetzt auf diese punkte einzugehen da bedeutet in der arabischen sprache luraten erniedert das heißt ruf warum warum ruf weil ein ruf gehört werden soll jetzt müssen wir fragen von wem soll dieser ruf gehört werden von wem dann fragen wir den koran die menschen bei allah die menschen das heißt alle menschen das heißt alle menschen sollen in hören unsere aufgabe ist den ruf des islams an alle menschen zu bringen damit sie keinen beweis von war haben aber sagt er sagt er dass derjenige tabara keller in der selle so kann alle ab die lila kuhner lille alemine na wir ja das heißt gepriesen sei derjenige er haben seit derjenige der den koran den koran die unterscheidungs norm auf den gesandten auf seinen dienen herab gesandt hat damit er ein wahren noch für die welten ist für die ganzen welt jetzt sagen wir ruf okay dann gibt es noch andere sehr viele andere beweise dafür das heißt der ruf soll von jedem gehört werden jetzt sagen was ist syria syria heißt wo das für heißt geheimnis im arabischen geheimnis zum beispiel rakem syria das ist der geheimcode zum beispiel im handy ist rakem syria und allah subhanahu wa ta'ala sagt im koran so 767 vers 13 wasser rukau lakum ob ihr ja euer wort geheim haltet oder es laut von nebenbei äußert sowie 67 vers 13 das heißt hier ist dieser unterschied das eine ist leise geheim ja das eine ist ja laut von nebenbei okay so jetzt eine frage was ist die as nun da war die grundlage der da war die grundlage der da war sagen die gelehrten ist ich gebe ihr mal ein beispiel wir haben hier habe ich eine aussage von abu bakar jazairi beispielsweise und von nasr al-aql der sagt hier abu bakar jazairi ist ein gelehrter aus agerien der lange in medina und immer noch unterrichtet la dalil liman yara sariyat al-da'wati fi bilaat al muslimin aljoum min sariyat al rasulaha thalasse sana 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 le anna rasul also wenn heute an den islamischen ländern sagt ja sariyat al-da'wa reich sozusagen oder und er will das argumentieren mit der sira des propheten das seine meinung dann ist das falsch weil die propheten seine sahabe die dürfen noch nicht mal la ila illallah muhammad al rasulaha öffentlich sagen das ist das buch vom ustez in der heißt dass der doktor seht ibn abdu karim es seht der ist in riad in universitäten ein eingelehrter ein scheich dort ja dann sagt nasa al-aql emma sariyatu da sagt al aslu fi dawa al-i'lana die veröffentlichtung die bekannt machen ja amma sariyat falatakou nu illa li darura Das heißt, die Saria, diese geheime Dauer, ist nicht die Grundlage, sondern ist eine Ausnahme und eine Notwendigkeit für notwendige Situationen. Okay, jetzt habe ich euch Beweis gebracht von zwei Gelehrten, die das gesagt haben. Ist das ein Beweis? Das ist kein Beweis. Bruder, ich möchte euch so erzielen, unser Beweis ist Kaulallah wa Rasulah. Also fragen wir, was ist Ihr Beweis dafür? Wir sagen, Ihr Beweis dafür ist, Ihr Beweis dafür ist erstmal das Wort Dauer an sich. Das linguistische Wort Dauer, wir haben gesagt, das heißt Ruf. Wenn wir sagen, der Ruf ist geheim, das ist eigentlich innerlich ein Widerspruch. Das heißt, das ist eigentlich die Ausnahme. Dann sehen wir, dass die Propheten, die anderen Propheten, es ist nicht bekannt, dass es dort eine Vatara gab. Das heißt, eine Periode von Saria, eine Periode. Jetzt wird jemand sagen, Abu Hamza. Was ist denn mit Nuh, a.s.w. Sagt Allah nicht, über Nuh, Rabbi inni daautu qawmi leila wa nahara, falalmi yazidhum du'ai illa firara, wa inni kullama daautuhum li taqfiralahum, ja'alu asa'biyahum fi adhanihim, was taqshau fi yabam, wa asarru was takbaru stikbara, summa inni daautu jihara, summa inni alantulahum wa asaratulahum israra. Hier wird von Jihar und wird von Isra geredet. Wir sagen, ja, aber hier wird nicht eine bestimmte Periode erwähnt. Und hier wird vielmehr erwähnt, dass Isra und Jihar, also die geheime und öffentliche Ruf, zur selben Zeit stattgefunden haben, teilweise. Okay? So, und außerdem, wenn wir nur geheim reden würden, wäre das Ziel nicht erreichbar. Wenn wir die ganze Menschheit warnen wollen, wäre das Ziel nicht erreichbar. Auf jeden Fall, das erstmal nur zu diesem Punkt. Jetzt müssen wir die Frage stellen, terminologisch, diese Dauerperiode. Mit welchem Befehl begann die Dauer Sariyah? Mit welchem Befehl? Mit Surah 74, Vers 2, je'ei iwal mudassi, kumfa an mir. Viele denken, dass der Prophet, a.s.w. nach diesem Aufruf, sofort auf den Berg von Safa gegangen ist und gerufen hat. Das stimmt nicht. Das war erstmal drei Jahre Periode von Dauer Sariyah. Dann, wann kam, was war der Aufruf, die öffentliche Dauer zu praktizieren? So, Vers 2,14. Jetzt müssen wir gucken, was ist der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen? Wir haben jetzt gerade gesagt, die Zeit, haben wir eben schon gesagt. Und jetzt müssen wir erstmal fragen, warum? Warum gab es diese drei Jahre, diese drei ersten Jahre, wo der Prophet im Geheimen, und wie war diese Dauer? Was war der Unterschied zu der Jachriyah? Der Unterschied war gewesen, in diesen drei Jahren, dass der Prophet, a.s.w. nicht öffnet, erstens, die Aufgerufenen, die Madruin, ausgewählt hat. Das heißt, er wusste zum Beispiel, das ist ein Freund von ihm, Abu Bakr, er geht zu ihm und redet mit ihm persönlich. Er geht zu Sayyid ibn al-Halitha, redet mit ihm persönlich. Ali bin Abi Talib, redet mit ihm persönlich. Ja. Das heißt, er redet mit ihm persönlich. Wer war noch einer der großen Dua der ersten Stunde? Abu Bakr. Abu Bakr, der erste Tag der Dauer, er kommt direkt mit Uthman ibn Afan, Saadi ibn al-Awwakas, Talha ibn al-Ubaydullah, al-Zubayd al-Awwam, kommt direkt mit solchen, ja, großartigen Sahabis. Das heißt, aber wie war diese Dauer? Diese Dauer war immer so gewesen, dass sie auf die Person einzeln zugegangen sind. Die ganze Zeit. Das heißt, sie haben erst mal die Leute ausgewählt, geguckt. Sie sind nicht direkt, zweitens, auf die Gesellschaft konfrontativ zugegangen. Drittens, sie haben keine öffentliche Kritik an dem Glaubenssystem der Mekkaner geübt. Dass sie öffentlich was kritisiert haben. Jetzt kommt die Dauer, die Dauer, die Dauer, die Dauer, als der Prophet, sallallahu al-u-sallam, diesen Befehl bekommen hat, mit welcher Vers haben wir eben gesagt, zu 26 Vers 240, was hat er gemacht? Es gibt verschiedene Überlieferungen insgesamt, hauptsächlich drei, die bemerkenswert sind. Es gibt eine Überlieferung, die in Sirah ibn Hisham überliefert wird, dass der Prophet circa 50 bis 50 von seinem Stamm zum Essen eingeladen hat. und ihnen dann die Botschaft geben wollte. Jetzt, was ist passiert? Als er sie eingeladen hat zum Essen, das heißt, er will jetzt mit einer Gruppe von Menschen, auf einmal Dauer, machen wir davor, aber immer, fardia, einzeln, einzeln. Was ist passiert? Da sagt der Abu Leheb, der Onkel des Propheten, sagt zu ihm, da ist Suba, lasse uns in Ruhe mit der neuen Religion. Was haben wir gesagt? Der erste Befehl, öffentlich zu predigen, jetzt will er sie aufrufen und Abu Leheb weiß schon, dass er eine neue Religion hat. Das heißt, diese Dauer, das ist eine Terminologie, das heißt nicht, dass das so geheim war, dass die anderen nicht davon wussten. Okay? Das ist ganz wichtig. Da kommen wir nachher nochmal zu. Das heißt, die wussten schon, diese Dauer, Syria, diese drei Jahre, war nicht völlig unbekannt. Und ich gebe euch auch einen Beweis dafür. Das ist an Rahiq al-Maktou. Übrigens ein Buch, was ich jedem empfehlen kann. Das hat einen Preis bekommen in Saudi-Arabi, der, der, äh, al-Mubarak, Sheikh al-Mubarak Furi. Das war ein Sheikh, der mit Sheikh al-Bani, Rahimallah, ja und er natürlich auch, Rahimallah, auf Augenhöhe diskutieren konnte, über Authentizität von Hadithen. Das war ein großer Gelehrter. Ja, und dieses Buch, Sheikh al-Bani, hat dieses Buch aufgelobt. Er sagt in dem Buch, in dem Kapitel, al-Marhala tul-Ula, sagt er, wa hakadha marrata thalathatu a'wam, wa da'awatu lamtazal maqsuratin ala al-afrat. Er sagt, und so vergingen die ersten drei Jahre, und die Dauer war beschränkt auf Einzelpersonen. Okay? Ja. wa lam yajhar biha al-Nabiyu, sallallahu alayhi wa sallam, fil majami' wa nawadi. Das heißt, der Prophet hat nicht in öffentlichen Plätzen das laut verkündet. Yes. Illa en ha'urifat leder Quraysh. Aber die Quraysh, die haben es schon bekannt. Die haben das schon mitbekommen. Das heißt, das war nicht so Syria, geheim, wie sich das manche vorstellt, wie so ein Geheimbund. So, die haben das schon mitbekommen, aber die sind nicht konfrontiert worden. Jetzt. Wa feshat dikru al-Islam bi-Mekka, wa tahaddathat bi-Innas, es sind sogar einige bekämpft worden. Illa enaum la mi yahtamu bihi kathiren, haythu la mi ya taarrata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam. Wenn sie nicht öffentlich konfrontiert hat und ihre Götter nicht angegriffen hat. Das heißt, das ist der Unterschied zur Dawa Jahriya. Die Dawa Jahriya, die danach kam, konfrontiert die Menschen öffentlich. Und konfrontiert sie auch mit Sachen, die ihrer Akide widersprechen. Dass ihre Akide angegriffen wird. Jetzt. Ich habe gerade gesagt, der Mubarak Furi, der Mubarak Furi hat diese Sache behauptet. was ich auch behauptet habe. Damit habe ich meine Aussage gestärkt, weil der natürlich ein großer Gelehrter ist. Aber ist das ein Beweis für uns? Wir wollen Beweise haben. Okay. Erster Beweis ist die Geschichte, die ich mit Abu Lahab erzählt habe. Die Geschichte mit Abu Lahab, sie wurde zum Essen eingeladen, das war noch gerade die Situation der Dawa Jahriya. Und Abu Lahab sagt, da ist super. Lasst uns mit dieser neuen Religion in Ruhe sozusagen. Mit dieser Abfall vom Götzendienst. Ja. Zweiter Beweis, Al-Abbas. Der Prophet, Al-Khadija, haben gebetet. Uns wurde überliefert Ali. Und es kamen Männer vorbei, aus anderen Städten, haben gefragt, was ist das für ein Gebet? Und er hatte gesagt, er hat eine neue Religion. Al-Abbas ist wer, Radiallahu anh'u, der Onkel des Propheten, Al-Abbas, der erst viel später den Islam angenommen hat. Das heißt, es war schon bekannt, das war in der Dawa Syriya. Dritter Beweis, es gibt keine Aussage, wo der Prophet Ali, ist ja in dieser Zeit, ja, diese Sache so richtig verboten hat. Und gesagt hat, pass auf, ja, das heißt, dass er zu jemandem gesagt hat, oder dass er dem Abu Bakr vorgeschrieben hat, zu wem er gehen darf und zu wem er nicht gehen darf. Viertens, es gab Leute, die von außerhalb Mekkas gekommen sind und den Islam angenommen haben, weil sich die Botschaft sogar schon um Mekka herum verbreitet hat. Ja. Eine Person heißt, Amr bin Abbasar, und eine Person, wo das umstritten ist, ist Abu Zahd Rehfari. Bei Abu Zahd Rehfari, manche sagen, er hat im zehnten Jahr den Islam angenommen, oder später erst. Aber das, was mir am stärksten erscheint, ist, dass er in dieser Zeit der Dauer Syriya den Islam angenommen hat. Aber auf jeden Fall. So, das sind die Beweise dafür. So, jetzt haben wir gerade gesehen, diese Dauer, wir haben am Anfang gesagt, diese Dauer Syriya, der Unterschied war, dass man die Allgemeinheit angesprochen hat und die Dauer Syriya Einzelpersonen und einzelne Gruppen angesprochen hat. Die Dauer Syriya hat das Fundament der anderen Religionen kritisiert, die Dauer Syriya nicht. Jetzt die Frage, wenn ich einen Unterricht mache in einer Moschee, wo ich nur eine vereinzelte Gruppe einlade, von Muslimen, von meinen Freunden, um mit ihnen über ein bestimmtes Thema zu reden. Das heißt, es ist nicht so, dass wir auf die Menschen draußen zugehen, sagen, kommt alle her, wir wollen zuhören, sondern es ist für eine bestimmte Gruppe der Gläubigen ähnlich, dass er der Jahriya, der öffentlichen Dauer, wo man rausgeht, oder er der Syriya-Dauer des Propheten a.s. Ich denke, die meisten werden sagen, das muss ich sagen, das ähnelt eher der Syriya. Jetzt die Frage, ja, aber Hamza, sollst du uns damit kritisieren? Nee. Ich will einen damit nicht kritisieren, warum? Weil ich sage, die Syriya und die Jahriya, dieser Esselib, dieser Stil der Dauer, kann gleichzeitig stattfinden. Okay, aber Hamza, was ist dein Beweis dafür? Was ist dein Beweis dafür? Willst du ja irgendwas labern? Nein. Mein Beweis dafür ist, a.s. als der Prophet a.s. angefangen hat, auf Berg Safa zu gehen, was hat er gemacht? Sind alle Sahaba mit ihm mitgegangen? Nein. Als der Prophet a.s. was hat er auf Berg Safa gerufen? Da hat er alle gerufen, wa subahab, alle Leute von Mekka, das war wie ein Alarmruf. Und dann hat er ihnen die Bombe gegeben, sozusagen, ja. Inni nadiru leku bainaya die adeben schenite, der hat die gewarnt. So, sind aber nicht alle dort hingegangen. Der Prophet a.s. ist auf die Märkte gegangen, hat öffentlich gepredigt. Kulu la ila illallah tuflihu, sagt la ila illallah und ihr werdet erfolgreich sein. Sind alle Sahaba mitgegangen? Nein. Nein. Der Prophet a.s. a.s. hat die Bekaner gerufen und hat einzelne Stämme genannt. Er hat gesagt, anki zu an fusakum minanar. Haben das alle Sahaba gemacht? Nein. Dann der Prophet a.s. a.s. hat zur selben Zeit, als die Dawa Jahriya angefangen hat, hat er sich mit seinen Sahaba in Dal Arkham getroffen, hat mit ihnen persönliche Unterrichte gemacht. Das heißt, er hat sowohl den einen Stil, wo er rausgeht und die Menschen warnt, praktiziert, als auch den anderen Stil, wo er die Sahaba unterrichtet, den Koran beibringt, etc. Das heißt, wir sehen hier diese Stilarten zur selben Zeit. Und deswegen, das ist das, was ich eben schon gesagt habe, die Dawa, ich vergleiche das immer mit einer Fußballnationalmannschaft. Oder wie eine Fußballmannschaft. In der Fußballmannschaft du kannst dich alle Leute in den Sturm stellen und du kannst dich alle Leute ins Tor stellen. Du brauchst für jede Position deinen Mann. Der eine ist gut in Verteidigung von Al-Ubidda, den stellen wir ins Tor, als Beispiel. Der andere ist gut in die Leute aufrufen zum Islam beispielsweise und Dinge widerlegen und so Angriffe, den stellen wir in den Sturm. Der schießt die Tore da, den nehmen die Leute in den Islam an. Der andere ist Mittelfeldspieler, der andere ist in der Abwehr, der bringt Leuten Tashwit bei Musdallah und Hadith bei Es ist alles wichtig. Wir sind ein Fußballteam. Wenn wir das verinnerlichen, dann wird es auch nicht so viel Neid geben. Ja, der, dies, der, das. Ach, wir arbeiten alle für dasselbe Ziel, wir lieben den Islam und wir wollen, dass der Islam weiter nach vorne kommt. Richtig? Okay. So, das wollte ich nur gesagt haben. So. So. Und, wie gesagt, liebe Geschwister im Islam, was ich euch als Tipp auf den Weg geben, wir haben jetzt den Ramadan hier und wir haben noch eine große Verantwortung. Liebe Geschwister im Islam, ich habe eben den Vortrag gesagt, der Prophet ist als Warner geschickt worden, frohe Botschaft der Warner für die ganze Welt. Wir haben dich nur zu allen Menschen gesagt, als frohe Botschaft der Warner. Liebe Geschwister im Islam, ihr seid die Gesandten des Gesandten Allahs, a.s. in diesem Zeitalter. Und jeder soll gucken, was er tun kann. Bruder, der eine kann vielleicht reden, wie ich jetzt hier. Bzw. Liegt mir und vielen gefällt es, manchen auch nicht. Der andere, aber der kann vielleicht etwas anderes machen. Der arbeitet vielleicht im Hintergrund, der hat es besser. Der hat es besser, den kennt keiner, da kommt aber keiner. Maschallah. Verstehst du? Haqi, der hat es einfacher mit Ikhlas und so weiter und so fort. Keiner soll sich geringschätzen. Jeder soll in diesem Ramadan an sich arbeiten, an seinem Iman arbeiten und schauen, wie er dem Islam dienen kann. Wie ich schon gesagt habe, wir sind wie eine Fußballmannschaft. Und ich gebe für euch hier als Tipp in dieser Moschee, wir wissen, es ist heutzutage etwas eingeengt worden, die ganze Sache. Das heißt, man kann, und das war auch zur damaligen Zeit so, die öffentliche Dauer immer angegriffen. Die ersten drei Jahre der Dauer, der Prophet Alessah, das ist kaum angegriffen worden. Und das kann nicht jeder machen. Und insbesondere, wenn man eine Moschee hat, eine kleine Moschee, sollte man die schützen. Aber man sollte auch arbeiten. Das heißt, schaut, was ihr machen könnt. Es gibt gute Brüder hier in Frankfurt. Ich weiß nicht, inwieweit die involviert sind und involviert werden wollen. Ich kenne zum Beispiel den Bruder Abdonativ als Beispiel. Dass man Unterrichte macht, dass man kleine Bücher unterrichtet. Auch für Kinder und so weiter. Ihr müsst das nicht an die große Glocke hängen. Weil wie gesagt, große Glocke hängen, dann machen die wieder Theater und hin und her und bringen die Brüder auseinander und so weiter. Das muss nicht jeder machen. Alhamdulillah, Brüder, früher, hättet ihr mir die Frage vor sechs Jahren gestellt, hätte ich gesagt, nein, nach vorne. Aber Alhamdulillah, Bruder, du kannst sagen, die Botschaft ist heutzutage fast in jedem Haus in Deutschland angekommen. Jeder hat schon gehört, dass sind so ein paar verrückte Konvertierten, die Salafisten genannt werden, die sagen, wer den Islam nicht annimmt, geht in die Hölle. Alhamdulillah. Ach ja, das ist, was wir wollten, was die Menschen hören wollen. Und deswegen habe ich das auch immer wieder provoziert, damit das auch gehört wird, dieses Wochen. Weil nach der Warnung kommt die Hilfe Allahs. Nach der Warnung kommt die Ablehnung, dann die Bekämpfung und dann kommt die Hilfe Allahs. Wer sagt das? Das sagt Allahs. Das ist die Geschichte der Propheten. Als der Prophet bekämpft wurde, ja, und nach der Bekämpfung kommt der Sieg. Ja, was haben wir eben gesagt, was so weit im Vers haben wir im Koran genannt? Diejenigen, die unbewusst sind, werden ihr Geld ausgeben, um auf dem Weg Allahs abzuhalten. Wann? In dem Moment, wo die Dauer offenkundig wird. Haben wir eben gesagt. Und dann werden sie es ausgeben. Und dann wird das für sie eine Schwachsinn und was wird dann passieren? Dann werden sie besiegt werden. Das ist der Weg. Das ist der Weg, bei Musa. Das ist der Weg bei Ibrahim. Das ist der Weg bei allen. Mustand das dann. Denkt ihr, ihr treht ins Paradies und das wird nicht das passieren, was denen vorerst passiert ist. Was ist denen passiert? Was hat die getroffen? Häkter. Schaden. Und die Erde ist unter Sieg ihnen erschüttert worden. Bis wann? Bis der Gesandtung, die die mit ihm waren, gesagt haben, wann kommt die Hilfe Allahs. Und dann ist die Hilfe Allahs. ist die Hilfe Allahs nicht nach. Dann kommt das. Aber wie gesagt, jeder muss an seinem Ort arbeiten. Jeder muss an seiner Stelle was machen. Keiner soll sich gering schätzen. Alhamdulillah, wie gesagt, die Botschaft ist schon fast überall angekommen. Alhamdulillah, ich habe das schon damals so kalkuliert, als ich gesagt habe, Frau Merkel, nimm den Islam dazu in einer eigenen Sicherheit. War mir direkt klar, erbringen die danach im Internet. Da haben direkt Millionen von Menschen danach davon gehört. Alhamdulillah. Das ist das, was wir wollen. Kostenlose Werbung. Alhamdulillah. Und deswegen, liebe Schwestern im Islam, jeder soll gucken und jeder soll Dua machen im Ramadan für diese Sache. Dass Allah ihm zeigt, wo er die Religion Allahs helfen kann. Das ist meine Botschaft für heute. Ich muss leider heute wieder nach Bonn. Ich muss sagen, hier in Frankfurt, ihr seid cool drauf. Alhamdulillah. Ihr kommt die... Das ist meine Botschaft.